Jetzt machen wir den Scheissbocken zwei Was war das für Spaß? Ja, war schon gleich Alter, jetzt haben wir doch 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 20, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 20, 29, 31, 31, 32,